Hallihallöchi meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim, wo es schüttet wie aus Eimern und richtig übles Gewitter hier am Start ist. Aber egal, was macht man bei so einem Wetter? Sägen. Da ist jetzt die Säge richtig leise dagegen. Gegen dieses Gewitter. Ja, hier regnet es auch ein bisschen. Man sieht es hier an der Decke, so ein paar Regentropfen. Aber wenn man schaut, wie es hier schüttet. Oh, Junge, Junge. Na ja. Wir sind ja hier dann quasi halbwegs im Trockenen. Also diese Wettereffekte, boah, Hut ab. Das ist schon, ist schon heftig. Vor allem die Donner, der Donner, der hört sich so geil an, so echt. Ah, ich glaube, jetzt wird es weniger wieder. Die Bäume zocken, glaube ich, auch nicht mehr so rum. Gut, die Bäume, die wir hier jetzt als Bretter liegen haben, sowieso nicht. Die haben es aufgegeben zu zucken. Kurz und heftig. Nein. Nein. Meine Hürt, meine Musik fast gar nicht mehr. Mit Regen und Gewitter, äh, mit Regen und Säge. Oh, bei der Regen ist jetzt, glaube ich, vorbei, oder? Ah, ne, regnet immer noch ein bisschen. Egal. Hier drinnen ist trocken. Hoch. Nein. Hey, da kann ich doch auch hier die Fenster dann aufmachen, oder? Konnte man die Fenster aufmachen? Ich glaube, die Fenster könnte man aufmachen. Mal schauen. Hier kann man nicht aufmachen. Ne, hier kann man auch nicht aufmachen. Ach, das war, glaube ich... War das bei Lumberjacks Dynastie? Ja, da konnte man die Fenster aufmachen. Stimmt. Und bei Farmers Dynastie, glaube ich, auch. Ach, wäre sowieso das hier gewesen. Okay. Na, dann nochmal schauen. Ne, kann man auch nicht aufmachen. Okay. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und den letzten, zack. So, das könnte... Könnte schon reichen für die Bude. Für unseren Schlachtraum. Hoch. So. Ah, schön ruhig jetzt wieder nach dem Regen. Und die frische Luft. Ah, gereinigte Luft. Vom Regen. Ah, schön. Die Schweine laufen jetzt in dem Matsch rum. Da, 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 da. So. Wunderbar. Ne. Rums. Mistviech. Ich sag ja, die verarschen uns hier. Die... Die ärgern uns. Hüpfen jetzt hier die ganze Zeit rum. Ne, zu nah dran. So. Aber hier mal die Decken. Oh, ja gut. Hat dann wohl gereicht, ne? Ja. Kann man so sagen. Da, 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 da. So, aber... Ah, ne. Moment, das lassen wir mal hier drin. So, denn... Ah, jetzt ist schon wieder so dunkel. Ja, dann sieht man nix. Gut, dann geh ich mal rein. Schlafen. heißen aus 19 Uhr. Na ja, gut. Dann bauen wir doch... Dann bauen wir eben doch noch... Hier bei Gerödel einen Tisch. Und den stelle ich mal hier hin. So. Und da können wir hier auch noch einen hinstellen. So. Keine Ahnung, warum. Haupt... Halt, dass Tische dastehen. So, und dann noch... Kann ich denn hier Holz zauen? Hier irgendwie so. Ich meine, hier steht jetzt der Tisch. Jetzt wird's auch wirklich sehr dunkel. Also hier würde gehen. Warum auch immer. Hier vielleicht. So zumachen. Ja, das würde auch gehen. Oh, dann kann hier schon nichts abhauen. Und hier auf der Seite einfach auch. Geht das hier so rein? Ah, nee. Dann ist doof. Ah, machen wir so. So, dann ist hier auch zu. So, uh, hier ist aber gruselig im Wald. Und da gehen wir lieber mal schnell rein. So. Und schlafen. Schlafen. Sehr dunkle Nacht. Kein Mond, aber wahrscheinlich wegen dem Gewitter wolkig und deswegen kein Mond. halt hier ist... Hier ist... Hier ist Lötö. Ach, scheiß drauf. Ich lasse die mal auf. So, dann haben wir hier... Hier die Zäune. Zack. Zack. Und zack. Ach, vier braucht... Hatte ich vier? Ja? Seltsam. Also... Für den Tisch... Neun. Oha. Also, ein Tisch braucht neun. Uff. Okay, das ist ganz schön viel. Ich dachte jetzt auch so drei oder so. So, dann würde ich gern noch einen Vorratsbehälter für Fleisch machen. So einen Schrank hier so. Na, oder vielleicht sogar zwei. Hm. So. Dann haben wir hier die. Die brauchen auch Metall. 18 Metall. Ach, hey. Und 16 Holzplanken. Uff. Ach, hier haben wir auch noch. Oh, der hier ganz vergessen. Zack. Ah, schon wieder alles leer. Na gut. Dann brauchen wir eben halt wieder Holz. So. Und dann... Wäh. Fahren wir mal wieder dahin. Ich schaue aber mal eben kurz nach den Schweinen. Ah, Ferkel. Oh, da gibt's Ferkel. Ich glaube, ich spinne. Oh. 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 Ferkelchen. Oh, süß. Guck mal. Eins. Zwei. Was haben wir noch genug? Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Fünf Ferkelchen. Oh. Schön. Oh, was ist mit ihm hier? Er hat noch keinen viereckigen Rücken, oder? Ah, wohl doch schon ziemlich. Aber ich gebe ihm noch einen Tag. Oh, sind die süß. So kleine Ferkelchen. Kann man die auch schon an die Leine nehmen? Oh, süß. Na ja, Ferkelchen. Oh, schön. So halt, nicht in die Scheiße laufen. Oh, ist das toll. So viele kleine Ferkelchen. Dann könnte ich doch jetzt theoretisch einfach nochmal eine Sau und nochmal einen männlichen kaufen und dann machen die auch nochmal Ferkelchen. Ah, 13,21. Es hat sich wieder gefüllt von allein. Sehr gut. Ja, dann müsste ich den hier aber dann mal... Halt, das ist die Mutter. Ihn hier. Müsste ich dann mal in meinen neuen Raum führen. Ich weiß noch nicht, ob er schon so weit ist. Ich gebe ihm noch einen Tag. Einen Tag darf er noch da bleiben. Jetzt hat er die Ferkel ja gerade erst gesehen. Dann bauen wir noch ein bisschen rum. An unserem Holzverschlag. So, ich glaube da nehme ich hier mal ein Bäumchen ab. Rums, rums, rums. Okay, das ist doof. Das heißt, ich müsste weiter nach rechts parken. Lass den mal hier hüpfen. So, vielleicht. Äh, Kamera. Noch ein Stück. Na, zu viel. So, mal schauen. Na, das war jetzt wieder zu viel. Nö, Quatsch. Mit der Karre langsam fahren. Das funktioniert so gut wie gar nicht. Ah, jetzt passt es doch sehr gut. So, wie nah sind wir dran? Ja, perfekt. So, dann lasse ich mal die Kameraeinstellung. So nah wie möglich ran. So. Wunderbar. Wunderbar. Kann man das nicht irgendwie reparieren? Kann man nur abreißen, ne? Ja. Will ich aber nicht abreißen. Ich will das reparieren. Bisschen neu machen. Denn sowas haben wir nicht. Wäre gut, wenn wir sowas bauen könnten. Denn dann könnten wir es abreißen und neu hinstellen. So. Schön akkurat diesmal. Und dann klatschen wir die Karre mal hier voll. So voll wie es geht. So. Jetzt haben wir kein Fleisch-Tetris mehr. Jetzt haben wir Baum-Tetris hier. Naja, irgendein Tetris braucht man ja, ne? Gut. Der hier ist auch im Weg. Der hier gibt drei. So. Schön akkurat. So. Welchen denn als nächstes? Ah. Unser Haus sieht schon cool aus. Mit an Bauten. So. Der hier. Dass man mein Schild richtig sieht. Mit Licht. Nicht nur hier mit Schatten. Ich bin mal gespannt. Oh, es regnet schon wieder. Ja, es regnet schon wieder. Ich bin mal gespannt, ob die Bäume nachwachsen. Das wäre in diesem Fall jetzt wäre das unschön, kontraproduktiv. Weil ich hier ja die Bäume einfach weghaben will. Und eigentlich ist es nicht nötig, denn wir haben hier so viel Wald überall. Und wir haben ja auch mittlerweile die Fahrzeuge, um weitere Strecken zurückzulegen. Um quasi entferntere Waldstücke zu erwischen. Also sollte das nicht das Problem sein. Schmeißen wir den auch um. So kann ich hier mein Halstrick machen. Dann kriegen wir die ein bisschen näher ran. Und den Aufsammeln und Fallenlasstrick. So. Spart ein paar Sekunden. Ein paar Sekunden Lebenszeit. Und sie liegen sauber da. Ist auch nicht schlecht. Ist auch von Vorteil. So. Meinem Finger geht es übrigens wieder gut. Meinem eingeklemmten. Ist hier noch ein bisschen. Noch ein bisschen blau. Bisschen blau ist er noch. Achso, sieht man nicht wegen Licht. Ah, hier so. Am Fingernagel. Aber sonst. Hier sieht er wieder normal aus. Ist auch wieder relativ gut benutzbar. Hat also keinen bleibenden Schaden genommen. So, reicht das? Wohl ne, wenn die Sahnen so viel Holz kosten. Und dann hole ich mir den hier auch noch. Ah, das wird eh die letzte Folge für heute. In der Aufnahme. Denn wir sind ja jetzt auch schon wieder bei 21 Minuten. Gut, das geht ja noch. Das ist ja jetzt noch nicht so viel. Aber ich muss dann auch schauen, dass ich ins Nest komme. Morgen wieder arbeiten. So, Mann. So ein akkurater Holzstapel hier oben drauf. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Oberwahnsinn. So, die hier sind auch noch ziemlich nah an meiner Straße. Rums. Und die hole ich mir auch so. Näher ran. So. So. So, das funktioniert wunderbar. So, zum Sägen kommen werde ich dann heute nicht mehr. Oh, dann in der nächsten Folge. Ja, super. Denn die Ferkelchen, die braunen ja noch ein bisschen, bis die soweit sind. Und den Herren. Den können wir vielleicht das nächste Mal schon. Ich weiß nicht. Ja, ich bin mir da nicht sicher. Ob der noch immer. Ich weiß immer nicht, ob der noch ein bisschen größer wird oder nicht. Da gibt es halt keine Waage. Das wäre. Das wäre gut. Oder ein Alter oder sowas. Wenn dran stehen würde, wie alt der schon ist. Oder eine Prozentanzeige. Ausgewachsen so. Ausgewachsen. 100%. Also ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man die einfach nicht schlachtet. Ob die dann von alleine irgendwann sterben. Wenn sie dann ausgewachsen sind. Oder... Boah, keine Ahnung. So, jetzt bräuchten wir noch einen Dreierbaum. Einen kleinen Dreier. Könnte so einer hier sein, oder? Oder so einer. Was wahrscheinlich der gleiche ist. Nein, ist auch ein Vierer. Wollten sich hier im Unterholz verstecken. Huch. Bin ja schon am Fahrzeug. Na, kommt schon. Ah, naja, egal. Sollte trotzdem passen, dass wir die noch drauf kriegen. So, der geht hier drauf. Und der... Oh nein, da ist noch einer übrig. Äh. Hätte ich mal gleich so machen sollen, ne? Und der hier... Der kommt auch hier oben drauf. So, das ist doch mal hier. Eine Holzlieferung. Ganz nach meinem Geschmack. So. Ab damit zur Säge. Wo wir hoffentlich noch halbwegs genug Sprit haben. Ja. Und hier haben wir auch noch... Da können wir hier mal einfüllen. So. Gut. Dann können wir das in der nächsten Folge alles verheizen hier. Ich fahre aber noch ein Stückchen vor. Oh hä? Ich wollte nicht gegen die Wand fahren. So, hier. Dann haben wir hier besser... Besser zum Rüber... Dingsen. Gut. Hört auch schon wieder auf mit Regnen. Dann gucken wir hier noch mal nach den kleinen Schweinchen. Süß. Putzig. Eins, zwei, drei, vier, fünf Ferkel. Fünf kleine Ferkelchen. Das hier ist Papasau, ne? Ja, ich glaube der ist mittlerweile so... Soweit. Also können wir den dann in der nächsten Folge, glaube ich... Können wir uns den dann schnappen. Der Bauch hängt auch schon relativ tief. Und da ist noch mal Scheiße hier. Ach, schön. Ja, es wäre echt gut, wenn der... Wenn der irgendwie das anzeigen könnte. Ähm, dann nur die Lebensanzeige und die Essen- und Trinkenanzeige. Und auch hier beim Verwalten... Kann man auch nicht wirklich rausfinden. Die Welt, der schon ist. Naja, egal. So, da die gerade alle hier sind, gehe ich hier raus. Ach, das geht einmal so oder einmal so auf. Das ist ja praktisch. Das war, glaube ich, vor dem Update auch schon so. Gut. So, meine Freunde. Dann schauen wir hier mal in unseren Schlacht-Bereich. Ach so, komme ich hier dann überhaupt drei Meter sau? Wenn die so dick ist... Kann ich die Tür eigentlich weg machen. Obwohl, ne? Dann kann sie nicht abhauen. Und dann führen wir sie hier rein. Und dann... Pfff... Holzenschuss. Und dann... Verfleischen. Und dann hier diese Boxen. Muss ich dann auch hier lagern. Wo habe ich denn die jetzt? Jetzt habe ich hier die Boxen, ne? Ja, gut. Können wir ja noch welche kaufen. Oder wohl. Ich brauche die ja dann... Erstmal hier. Und hier können wir auch noch Fleisch reintun. Naja, ich stelle die mal hier oben drauf. Dafür haben wir ja den Tisch. Muss ja nichts auf dem Boden stehen. Ah, und dann könnte man hier in die Küche auch noch Tische hinstellen. Und das Zeug hier... ...dann von den Tischen aus wahrscheinlich machen. Aber hier passt es ja. Da kann ich ja hier dann zack... Ach so, ja, habe ich ja immer so gemacht. Hier mehrere Töpfe und habe dann die auf dem Boden gelagert. Da könnte ich dann auch hier einen Tisch hinstellen zur Not. Ja, das wäre auch eine Idee. Gut, also. Jetzt machen wir aber erstmal Folgenpause. Und ich mache Aufnahme-Session-Pause. Geschlafen. In RL. Ja, schön. Und dann brauchen wir viel Metall. Einmal dafür. Einmal für die ganzen Lampen. Die hier auch noch rein müssen. Und hinten auch. Aber Schalter haben wir keine. Ich glaube, die leuchten dann die ganze Zeit permanent. Hier müssen auch noch welche rein. Erstmal hier. Und hier natürlich auch. Also wir werden... Oh, wir werden viel Metall brauchen. Vielleicht sollten wir uns dann auch eine Kuh holen für Käse oder mehrere. Ja, wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Käse und Wurst. So. Gut. Ich drücke mal das da für Spiel speichern. So. Und ja. Wir sehen uns dann morgen wieder. In alter Frische. Bis dahin. Macht's mir gut. Tschüss. Wir sehen uns dann vielleicht.